Oh Mann, ich habe viel zu viel Zeug eingekauft. Okay, ich bin da, ich bin da. Kurz noch Schlüssel. Zack, Tür auf, Tür zu. Jetzt muss ich erstmal alles im Kühlschrank verstauen, denn heute gibt es eine fette, fette Party. Oh Mann, ich bin mega gehypt. So, erstmal kurz die ganzen Sachen rein. Einmal das Zucchini-Brot, Bananen. Moment, ich habe noch gar nicht mit Gästen gerecht. Moment, ich komme gleich. Okay, kurz hier nochmal die ganzen Sachen verstauen. Moment, ich bin gleich da. Moment, Moment, Moment. Okay, Sekunde, Sekunde. Ich bin gerade die Türer. Hallo, yo, Buddy. Was geht ab, Mann? Was machst du hier, Alter? Was geht? Yo, nein, Buddy, ich bin hier. Guck mich an. Ich bin hier, Buddy. Hi, hallo, Buddy, ich bin vor dir. Hallo, hi. Na, willst du reinkommen? Bitteschön. Treten Sie bitte, treten Sie bitte ein. Hallo. Nein, Buddy, komm einfach rein jetzt. Okay, komm. Auf rein. Schön, dass du hierher gefunden hast, Mann. Mein guter alter Freund, Mann. Heute gibt es eine fette Party. Ich habe mega Bock. Willst du mir kurz helfen hier ein bisschen bei dem, äh, bei dem ganzen Krimskrams hier einräumen, ausräumen und so weiter und so fort? Ich muss nämlich hier ein bisschen mich noch um die Gäste kümmern und so. Ähm, man könnte hier ein paar Kekse hinlegen. Äh, wir haben hier ein paar Bananen natürlich für die Gäste. Buddy. So, komm her. Helf mir mal ein bisschen. Du kannst, äh, wenn du willst, schon mal hier das, äh, Hähnchen in den Ofen legen, wenn du möchtest, okay? Jetzt schon mal in den Ofen. Guck mal, das ist der Ofen. Ganz genau. Einfach rein damit. So, let's go. So, ich räume hier mal einfach. Okay, die Bananen gehören eh nicht in den Kühlschrank. Deswegen machen wir die Bananen einfach hier in die... Hä? Wieso sind denn alle schon so früh da? Hallo? Oh! Hi! Was geht? Na, schön, dass ihr es hierher gefunden habt. Leute, was geht? Was geht? Moin! Moin! Na, Zeke, was geht ab, Mann? Komm rein, komm rein, komm rein. Alles cool, alles cool. Ab rein mit euch. Let's go, let's go. Huh, bitteschön. Äh, wir sind gerade noch ein bisschen was am Vorbereiten und sowas. Hallo Lars, altes Haus. Ja, hi, was geht ab, na? Alles klar. Äh, kommt gerne rein, äh, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch, äh, könnt euch schon mal auf dem Sofa ein bisschen bequem machen. Buddy macht auch gerade das Hähnchen schon klar und sowas. Deswegen, let's go. Let's go, let's go. Ah, Buddy, ist das nicht wahr? Ja, ja, das ist Buddy. Ja, ja, äh, Buddy, stell dich vor. Buddy, Zecke, Zecke, Buddy, Zecke, Buddy, Buddy, Zecke. Hi, wie geht's euch? Na, alles fit? Tretet doch bitte einfach ein. Ich, äh, muss mich hier ein bisschen um die ganzen, um den ganzen anderen Stuff hier kümmern. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt gerade. Warum liegen hier die Bananen auf dem Boden, Mann? Okay, ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Das ist ein bisschen kompliziert, so als Gastgeber. Aber heute gibt's eine fette Einweihungsparty in meiner neuen Bude. Leute, let's go. Hi, ich heiße Lilly. Hier, äh, Buddy, hör auf, da rumzuspielen. Stell dich erstmal den Gästen vor, du kannst gerne. Buddy, hier, komm mal her, komm mal her. Äh, äh, tu mal hier den, äh, Dings. Eine Banane anbieten. Hier, als kleines Einweihungsgeschenk, Lars. Oh. Oh. Nice Kuchen und Gummibärchen und so ein Kram. Und einen Kaffee. Ich trinke nicht so gerne Kaffee, aber ich trinke den jetzt einfach trotzdem mal gerne. Oh, wow. Ich bin voll auf Kaffee unterwegs. Yeha. Woo, 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 woo. Uh, äh, ja, kommt doch bitte gerne rein. So, machen wir hier mal die Tür wieder zu. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne ein bisschen umschauen. Äh, hier ist die Toilette. Da ist, äh, das, äh, Schlafzimmer. Da hab ich nochmal mein eigenes Klo. Hier ist Buddy. Da läuft eine richtig nice Serie gerade im Fernsehen. Was läuft da überhaupt? Ist das hier? Wie, wie, wie kann man dumm tanzen? Äh, 2.0 läuft hier gerade im Fernsehen. Okay, und ansonsten könnt ihr euch gerne einfach ein bisschen, ja, ein bisschen bequem machen, Freunde. Ein bisschen bequem machen. So, ich schmeiß mal hier kurz den Mixer an. Brrrr. Okay, der Mixer ist kaum. Oh, da ist schon der nächste Gast. Okay. Es wird stressig, es wird stressig. Äh, hallo. Oh. Schönen guten Tags. Hi. Hey, du bist Lars, oder? Äh, ja, ja, genau. Das bin ich. Hi. Äh, guten Tag. Schönen guten Tag. Äh, ich bin der Lars. Und, äh, wir, ja, äh, genau. Können Sie ein Gummibärchen haben? Mein Name ist Henry. Ich bin dein neuer Nachbar. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Na, was geht so bei dir? Alles klar? Jo, äh, ich hab gehört, die Lampen in der Wohnung sollen oft kaputt sein. Äh, ja, ja, die, ja, ja, genau. Die Lampen sind echt oft kaputt, Mann. Die sind echt mega oft kaputt, äh, Henry. Ja. Also, ich hab dir als Willkommensgeschenk eine Lampe gekauft. Hey, saukool, Mann. Saukorrekt. Einfach, einfach tatsächlich eine dekorative Lampe. Oh, hey. Na, okay. Dann komm einfach mal rein. Toll. Schicker Trainingsanzug, by the way. Sieht echt fancy aus, ne? Äh, was geht bei euch so? Was geht bei euch? Okay, alles klar. Ich kümmere mich mal hier ein bisschen da drum. Ich hänge mal hier einfach die Lampe wieder an die Decke. Das passt hier, glaube ich, super gut ins... Ins Esszimmer. Hey, ich bin Henry, der neue Nachbar. Äh, ja. Das ist Henry. Henry, zecke, zecke, zecke. Oh, Buddy. Buddy, Buddy. Komm, reiß dich zusammen. Komm zu uns, Randy. Wir haben ein echt cooles Spiel gefunden. Oh, nice. Ah, die dancen hier ein bisschen ab. Ach so, das war das, was im Fernsehen lief. Okay. Buddy. Buddy, komm jetzt ab. Okay. Alles klar. Ah, 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 okay. Sind hier gerade mega am abdancen. Hier läuft auch nice Mucke und sowas. Okay. Okay, coole Sache. Oh, Buddy. Boah, hier stinkt es schon wieder übelst. Boah, okay, okay. Das ist echt crazy. Hier stinkt es mega. Ja, okay. Dann danze ich jetzt einfach mal mit. Uts, 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 uts. Der geht ja richtig ab, der Hendry, Alter. Der geht ja übelst ab, Mann. Oh, Mann, ey. Okay. Äh, Buddy, wie... Oh. Okay, okay. Der nächste Gast ist da. Äh, ja, hallo? Oh, hallo. Äh, schönen guten Tag. Oh. Äh. Entschuldigung, äh. Könnten Sie bitte etwas leiser sein? Ich schaue gerade Tatort. Ähm. Entschuldigung. Okay. Es tut uns leid. Wir wollen hier gerade nur eine Einweihungsparty machen und sowas. Oh, die gucken jetzt schon alle. Äh, wir wollen hier nur eine Einweihungsparty machen und deswegen ist das hier so ein bisschen laut. Wenn Sie nicht gleich leiser werden, rufe ich den Vermieter, wenn Sie mich ver... Äh, dass Sie mich verstanden haben. Okay, Entschuldigung. Äh, schauen Sie mal weiter, äh, Ihr Tatort bitte, okay? Es tut mir leid. Oh. Okay, Leute, ich glaube, wir können hier nicht so laut sein. Wer war das denn? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war auch eine, die hier mit wohnt oder sowas. Also so eine, so eine Nachbarin oder sowas. Die es irgendwie ein bisschen gerade auf mich abgesehen hat, weil wir hier zu laut Musik gehört haben. Und vielleicht auch zu laut gestampft haben. Deswegen, glaube ich, müssen wir ein kleines bisschen leiser sein, Leute. Ein kleines bisschen vielleicht. Die alte Müller, die verklagt immer, die verlangt immer absolute Ruhe. Okay. Buddy, geh da weg vom Balkon. Komm da weg. Guck mal, komm mal weg da jetzt. So, äh, was für eine Spielverderberin? Ja, Lilly, ich finde auch, dass das mega die Spielverderberin ist. Übel. Übelst die Spielverderberin. So. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich ein paar nice Snacks machen für den Abend heute. Da sagst du was. Ja, Henry, also, ich möchte nicht unfreundlich sein, aber keiner hat Henry hier eingeladen. Wer hat Henry hier eingeladen? Also ich nicht. Okay. Ähm. Was kann man denn machen? Strawberry-Joghurt, ein paar Kekse kann man vielleicht den anderen geben, Zucchini-Brot. Ein paar Würstchen. Ein paar Würstchen. So. Und dann machen wir das Ding mal. Ich muss mal aufs Klo, bin gleich wieder da. Alles klar, dann bitteschön. Geh mal gerne aufs Gästeklo. Hat jemand Bock auf ein Würstchen? Möchte jemand ein Würstchen haben? Hier, Bock auf ein Würstchen. Du magst auch. Guck mal, du musst auch groß und stark werden, Zecke. Du magst auch unbedingt so ein Würstchen. Hier. Und du magst auch hier diese Cream-Cookie-Kekse. Das ist auch voll dein Ding, oder? Und Buddy, was machst du da? Du sitzt einfach so am Tisch. Willst du auch was haben? Willst du ein paar Gummibärchen? Hier, bitteschön. Du kannst natürlich dir sehr, sehr gerne ein paar Gummibärchen fetzen. Ah. Die Party scheint doch echt super gut zu laufen. Entschuldigung. Henry, ist alles okay bei dir da drinnen? Ha. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, ob bei dem alles okay da drinnen... Buddy, hör auf. Nicht. Kannst du nicht machen. Du kannst ja jetzt nicht klopfen. Einfach an der Tür. Das geht nicht. Höh. Höh? Höh. Sein Kopf hat aus der Wand rausgeguckt. Okay, das ist ziemlich selten. Lars, die Toilette ist... Ähm... Nun ja. Sag mir jetzt nicht, du hast die Toilette voll... Er hat die Toilette vollgekackt. Okay. Ähm. Äh. Sorry. Yo. Äh. Ist... Ist... Ja, ist... Wahnsinn, ne? Es ist ein bisschen... Wie soll ich sagen? Nicht so cool jetzt gerade. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da machen soll. Vielleicht sollten wir die Toilette irgendwie... Äh. Okay. Keine Ahnung. Was soll ich... Hat jemand zufällig einen Pümpel oder sowas dabei? Einen Toilettenpümpel? Irgendjemand? Oder sowas? Keine Ahnung. Ich mach mal einfach die Tür hier wieder zu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit der... Nein, das ist eine Banane, Buddy. Das ist eine Banane und kein Toilettenpümpel. Oh! Oh nein! Buddy! Was ist das denn? Buddy, hast du das Hähnchen nicht aus dem Ofen geholt? Oh oh. Das sieht nicht gesund aus. Ähm. Leute. Leute, ich weiß nicht. Ich bin nicht vorbereitet gewesen auf sowas. Hat jemand einen Feuerlöcher? Hier vielleicht das Wasser? Buddy, das bringt nichts. Hat wer etwas im Ofen vergessen? Buddy? Buddy, du hast doch nicht etwa das Hühnchen noch im Ofen gelassen. Warte, ich geh mal da hin. Boah, es ist heiß. Ah, es ist heiß, Mann. Da kann ich nicht hingehen. Verdammt, alle raus hier. Das Ding geht gleich hoch. Oh oh. Boah, es ist warm, Alter. Okay. Leute, raus hier. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Yo. Du, Henrik, bleib da. Lass uns vom Balkon springen. Was? Du willst vom Balkon springen? Wir können doch einfach hier. Ah, das ist viel zu heiß. Wir können da nicht lang. Okay, wir können da nicht lang. Okay, vom Balkon springen klingt super. Äh. Äh. Was? Ja, komm jetzt. Oh. Buddy, pass auf. Oh. Okay. Oh, Buddy hat einfach getroffen. Lol. Okay. Leute, raus hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Da unten ist ein Brunnen. Ja, ja. Da unten ist ein Brunnen. Oh. Oh. Ah. Mach das, dass es aufhört. Oh, wir müssen hier raus, Leute. Okay, auf drei springen wir. Okay. Na dann, los. Oh. Okay. Henry ist schon vor. Zecke. Äh. Und ich auch. Ich auch. Ich auch. Wow. Oh mein Gott. Das war so ultra knapp. Das war so ultra knapp. Oh mein Gott. Oh oh. Ähm. Was ist denn hier los? Ähm. Nun ja. Wie soll ich sagen? Wir mögen es von Häusern zu springen. Äh. 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 Ähm. Ein kleines Trinkspiel. Ja, ja. Wir haben ein kleines Trinkspiel gespielt. Äh. Also ich glaube, das kann ich jetzt erstmal vergessen. Ich verstehe, warum Frau Müller mit mich kontaktiert hat. Frau Müller also wieder. Aha. Das ist gehört, Mann. Das war wieder Frau Müller, die uns verpetzt hat, ey. War ja klar. Ja, ja. Das war echt klar, Mann. Äh. Nun ja. Also für diesen Schaden würde ich sagen, dass wir... Die Wohnung muss auf jeden Fall saniert werden. Äh. Da würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall... Ja. Gib ihm ein paar Gummibärchen. Vielleicht freut er sich da drüber. Ich glaube, das kann auf jeden Fall... Und wo soll Lars dann hin? Stimmt. Wo soll ich dann hin? Äh. Wo soll ich denn dann? Schlafen oder sowas? Das ist nicht unser Problem. Der Mietvertrag liegt erstmal auf Eis. Oh nein. Oh nein, Mann. Das war doch heute erst die Einweihungsparty. Was soll das? Äh. Was soll das? Buddy, wo willst du hin? Bleib hier. Lauf dem Typen nicht hinter... Ja, hör auf, ihn mit Schneewellen abzuerfen. Ähm... Ja, Leute, Mann. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Das war wirklich ziemlich, ziemlich dumm. Oh Mann, ey. Das war's. Die Herrerheit. Untertitelung des ZDF, 2020